Mein Name ist Cristina Carlino und ich arbeite schon seit sechs Jahren in der Bibliothek der HTW Chur. Seit vier Jahren leite ich diese Bibliothek. Unser Team besteht aus fünf Leuten. Wir haben seit neuestem einen Lehrling, der bei uns angefangen hat. Das Spezielle an unserer Bibliothek ist, dass sie an zwei Standorten zu finden ist. Was mir besonders gefällt an meiner Arbeit ist, dass man tagtäglich Einblick hat in den ganzen Prozess. Vom Entscheiden ein Buch einzukaufen, über einen Einkauf, über die Aufnahme im Katalog, bis zur Verfügungstellung eines Benutzer. Aufgrund der Statistik sieht man vor allem, welche Einkäufe bei den Benutzer wirklich gut ankommen. Dann geben wir auch Schulungen für die Nutzung von Datenbanken. Unsere Studierenden lernen, wie man schnell und kompetent in den Datenbanken nach Fachartikeln recherchieren kann. Es kommt auch hin und da vor, dass wir für das Institut unserer Schule eine Recherche durchführen. Das heisst, wir recherchieren nach Themen zu ihren aktuellen Projekten. Und so geben wir ihnen auch eine Dienstleistung weiter. Wir haben ja seit neuestem eine DVD-Abteilung. Und wir haben zwischendurch nochmals Filmöbens organisiert. Das heisst Kinoöbens in unserer Aula für unsere Studierenden und Dozierenden. Und das möchten wir gerne beibehalten. Also wir werden sicher in Zukunft vermehrt so Kinoöbens organisieren. Mischiera. Mischiera. Mischiera